Hallo Leute und herzlich willkommen zu Minecraft Leben. Ja, wir befinden uns in der Stadt. Ich habe mich ja im letzten Part dazu entschieden, einen Ausflug in die Stadt zu machen, statt weiterhin in Schloss Duvisib zu vergammeln. Und ich merke gerade, dass wir Hunger haben. Und zum Glück haben wir beim letzten Part Steaks gebraten. Yay! Ja, in dem Part werde ich nichts großartig viel machen, weil ich bin am überlegen immer noch, was ich für einen hundertsten Part mache. Und ich dachte, dass wir ein bisschen XP farmen können. Und zwar, weil ich mein Zeug wieder verzaubern will. Und naja, da ich nicht in die Hölle gehen will für Quarz sammeln, weil naja, ich habe keine Obsidianen und ich habe keine Obsidianen. Habe ich mich entschieden, ich muss gerade wieder den Anfang des Satzes wiederfinden, habe ich mich dafür entschieden, mir erstmal mehr Essen mitzunehmen und ein bisschen über Themen zu reden, während ich Gegner abmetzel, wie es so schön in der Jugendsprache heißt. Ja, die Themen wurden mir von euch nebenbei vorgeschlagen. Ich kann es auch wieder öffnen. Ich vollidiot habe es natürlich geschlossen. Ich hatte es die ganze Zeit offen und schließe es kurz, bevor ich aufnehmen will. Ich hoffe, ich sterbe währenddessen nicht. Ihr seht ein schönes Standbild. Ich habe auf Twitter gefragt, welche Themen man mir vorschlägt. Und ja, da wäre zum Beispiel, was ich denn von dem Zelda auf der Nintendo NX halte. Und da muss ich zwei Sachen ganz ehrlich gestehen. Denn erstens, ich habe rein gar nichts von der Nintendo NX mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass es irgendwie eine neue Konsole sein soll. Und weiter nichts. Aber ganz ehrlich, so viel, wie ich davon mitbekommen habe, kann ich schon Kritik äußern, weil die Wii U ist am Sterben und sie treten einfach noch mit drauf. Weil die sollten sich eigentlich mehr auf die Wii U konzentrieren, als jetzt irgendwelche neuen Konsolen rauszubringen. Das ist so meine Meinung. Ich kenne ja keine Details, also kann ich nicht wirklich viel noch dazu sagen. So. Zudem bin ich kein großer Zelda-Fan. Oh, peinigt mich. Ja, also Zelda macht mir schon Spaß. Ich habe Zelda in meinem Leben, aber ich habe noch nie einen Zelda-Teil in meinem Leben durchgespielt. Das muss ich gestehen. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben einen Zelda-Teil durchgespielt. Ich habe auf dem 3DS drei verschiedene Zelda-Spiele, die alle meine Freundinnen durchgespielt hat, ich aber nicht. Und die ich zwar noch durchspielen müsste, aber, naja, da meine Freundin gerade Harvest Moon für sich entdeckt hat, wird das vorerst erstmal nichts. Zudem will sie mich dazu bringen, dass ich A Link to the Past, weil ich will bemerken, Mrs. Sandron ist der größte Zelda-Fan, den ich kenne. Und ihr Lieblings-Zelda, Link to the Past, soll ich auf der SNES durchspielen. SNES. Ich sage SNES immer falsch. Ich sage immer SNES und hier gibt es keinen weiteren Ausgang. Was mache ich hier in dem Baum des Lebens? Ja. Jedenfalls. Ich sage es ja auf jedenfalls. Aus diesem Grund will die halt, dass ich ein Zelda bei ihr durchspiele, das A Link to the Past. Da bin ich auch mittlerweile mit den ersten vier Amuletten fertig, wo man halt in diese andere Welt kommt und wo das Spiel eigentlich so richtig losgeht. Also, da bin ich gerade noch recht am Anfang. Naja. Deswegen habe ich nicht viel vom Zelda mitbekommen. Kann also nicht großartig davon reden. Ich wollte schon ein paar Labern sagen. Aber okay. Dann hat mir der liebe Luke, also der vorige Vorschlag war von Miss Moral oder auch xxmissmoralxx, wie sie auf Twitter heißt, erinnert mich an die Kinder in Call of Duty. Nichts gegen dich. Diese Eisstraße ist neu, oder? Die ist neu. Oder ich habe sie zuvor nie gesehen. Vielleicht spielt ja doch noch wer. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Rüstung mehr darunter leiden wird, als dass ich sie wirklich danach reparieren kann durch das ganze XP-Farm hier gerade. Naja. Was ich sagen wollte, der Luke hat ein paar Vorschläge darunter gemacht. Ein paar besser, ein paar weniger. Der erste Vorschlag, also ich gehe das jetzt erstmal chronologisch durch mit den Themen, ist Doom. Das neue Doom. Wer es nicht mitbekommen hat, es gibt von Doom einen Remake. Es gab auch neulich eine Open Beta, die jeder spielen konnte. Vielleicht läuft sie immer noch, aber ich glaube nicht. Ich glaube, die waren nur ein paar Tage. Und in dieser Open Beta konnte man das neue Doom ausprobieren. Und da gibt es schon ein paar Sachen, die mich persönlich sehr angekotzt haben. Also, es gab drei Hauptargumente. Erstens, es war ne reine Multiplayer-Beta. Ich weiß, das Spiel wird angeblich Singleplayer haben. Ich sag angeblich, weil es so oft revidiert wird, wie sonst was. Ähm, also generell Singleplayer in Videospielen. Au. Nicht bei Doom. Aber, ähm, es, die Tatsache, dass die Beta nur ein Multiplayer als Version hatte, die man spielen konnte, und das überall nur über ein Multiplayer geschrieben wird, vermittelt ein extrem falsches Bild von dem neuen Doom. Doom ist ein Singleplayer-Spiel gewesen. Oder besser gesagt, ähm, Doom ist nichts, was man Multiplayer-lastig nennen konnte. Also, ich kann mich nicht erinnern, ob es damals einen Coop gab. Es ist verdammt lang her, dass ich Doom gespielt habe. Vielleicht verwechsel ich es auch gerade mit, äh, was weiß ich, Duke Nukem oder sonst was. Gut möglich, aber, soweit ich mich erinnere, hatte Doom einen Singleplayer gehabt. Ich kann ja gleich mal kurz danach suchen. Wartet, 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 wartet. Ach, immer diese Leute, die ihre Türen sichern. Ähm, ich hoffe, ich sterbe nicht. Ich kann ja mal live googlen, Doom. Doom, Wikipedia. Doom ist ein Ego-Shooter-Computerspiel-Serie. Der erste Teil wurde von ID-Software veröffentlicht. Das erste Doom. Ich habe gerade ein, ja. Spielmodus Einzelspieler, Mehrspieler. Ja, okay, es gab mehr Spieler, aber auch einen Einzelspieler. Und, äh, das ist das, was mich am meisten aufregt, weil ich bin ein Mensch, ich mag Einzelspieler meist mehr als Multiplayer. Ich finde auch immer dieses Argument genial. Zum Beispiel bei Division habe ich das gelesen und ich hätte beinahe kotzen können darüber, als wenn jemand geschrieben hat, ja, der Singleplayer ist ganz okay. Äh, und die Dark Zone macht mit ein paar Kollegen, aber schon recht Spaß. Mit ein paar Kollegen, Leute, macht jedes Co-Hop-Multiplayer-Spiel Spaß, solange es eine Verbindung gibt. Egal, wie grottig die sind, solange man mit den richtigen Leuten spielt, macht es Spaß. Es ist für mich kein Argument für ein Spiel, das es mit Freunden Spaß macht. Ich meine, es gibt scheiße viele Spiele, die mit Freunden Spaß machen. Ein Spiel muss nicht viel erfüllen, damit es mit Freunden Spaß macht. Schließlich hat man dafür seine Freunde. Wenn man mir sagt, okay, das Spiel macht auch mit Fremden Spaß. Wow. Das ist nicht mal ein Gefängnis. Okay. Dann macht das Spiel halt mit Fremden Spaß. Das kann ich verstehen. Aber mit Freunden, da kann man die Unterhosen ausziehen und die ganze Zeit in einem Minecraft hin und her fahren, als Hase verkleidet und man hätte immer noch Spaß. Das ist uns, was mich am meisten aufregt bei diesem gesamten Multiplayer-Trend und ich glaube, ich gehe mal in die Farm mit in der Hoffnung, dass es dort vielleicht mehr Sachen gibt und ich töte da auch ein paar Tiere, weil ich habe Essensmangel. Sehr viel Essensmangel, weil ich will mich ja nicht nur von Gemüse ernähren. Ich bin zu faul, das wieder anzupflanzen, deswegen ernte ich es nicht. Ich bin ganz ehrlich. So, hatte ich hier noch irgendwo was drin? So, wo wir uns schon mal ausgekotzt haben über den Multiplayer in Spielen. Also, es soll nicht heißen, dass ich Multiplayer jetzt scheiße finde oder sage, ja, ein Spiel muss nur Multiplayer haben, damit es gut gespielt wird und alle Leute Spaß haben. So ist es nicht. Es ist nur, es ist ein sehr schwaches Argument, zu sagen, ja, mit ein paar Kollegen macht das Spaß. Ich finde auch den Namen Kollegen irgendwie, seltsam, naja. Also, das ist das, was mich bei Doom am meisten ankommt. Kurz zweitens, es ist nicht mehr Doom. Ich habe das Spiel gespielt in der Open Beta. Das ist Call of Duty mit der Stimme eines Nachrichtensprechers. Ende. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ähm, ja. Dann als nächstes Thema, die Overwatch später. Dazu kann ich so viel sagen, wie ich lade es gerade runter. Also nicht gerade, damit es nicht laggt, aber ich habe, glaube ich, noch zwei Gigabyte oder so, die ich runterladen muss und morgen kann ich dann spielen und, ja. Wird lustig. Wird lustig. Vielleicht kommt ein Video, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Overwatch habe ich mir nebenbei auch schon vor langer Zeit vorbestellt auf Instant Gaming, was ich ja immer in meiner Videobeschreibung verlinkt habe und dazu will ich mal ein Statement abliefern, weil vielleicht mag es für den einen oder anderen seltsam erscheinen, dass ich sowas plötzlich in meiner Beschreibung stehen habe. Ich habe keinen direkten Vertrag mit Instant Gaming, weil ich bin kleiner Popel-Youtuber, mit mir hat niemand einen Vertrag. Ich bin einfach nur den Anweisungen von Instant Gaming gefolgt, einen Partnerschaftslink zu erstellen, besser gesagt, ihn zu kopieren und ihn zu verteilen. Das heißt, jeder Mensch, der auf diesen Link klickt und innerhalb von 30 Tagen auf Instant Gaming was kauft, außer er hat danach auf den Partnerschaftslink eines anderen YouTubers oder sonst was geklickt. Ja, jede Person, die was kauft, gibt mir so gesehen 5% ihres Einkaufs. Niemand zahlt mehr, aber ich kriege 5% von dem Einkaufswert. Bisher hat nur eine Person was gekauft und das war Speedy Diablo 3, weil er es mit mir spielen wollte. So, warum ich es in meiner Beschreibung habe? Ganz einfach, 5% sind geil. Zweitens, weil ich die Seite auch selber unterstützen will. Also, es ist nicht so, dass ich das rein Profit mache. Von mir aus könnt ihr auch ohne meinen Partnerschaftslink dort was kaufen. Dafür müsst ihr einfach das Kürzeler entfernen. Ist mir auch recht schnuppe. Nur, ist es ein Keyshop? Ja, das ist Grauzone, aber es ist ein französischer Keyshop und ich habe selten einen so sympathischen Keyshop erlebt. Also, der Support war ziemlich gut. Bisher musste ich ihn nicht benutzen. Ich hatte halt nur eine Frage gehabt und die haben die direkt beantwortet. Generell, die Keys kommen komplett an, direkt. Keine Probleme bisher gehabt. Ich habe, glaube, sechs Keys oder so mittlerweile dort gekauft in einem Wert von über 100 Euro. Und, ja, ich finde es geil. Also, ich finde es geil, wenn ihr es nicht geil findet, findet ihr es halt nicht geil. Ich will niemanden dazu zwingen, es geil zu finden. Ich wollte es nur mal erwähnt haben und darüber habe ich mir nebenbei auch Overwatch vorbestellt. Nachteil, ich konnte nicht bei dieser zweitägigen Closed Beta da mitmachen. Nur, äh, ja, ich war da eh nicht zu Hause. Ich hätte eh nicht spielen können. Der Ton ist so leise auf meinem Ohr. Aber ich sehe in der Anzeige vom Ton, dass er eigentlich recht laut ist. Warum gibt es hier keine Tiere? Ja, okay, Winterbio und vielleicht gibt es da hinten noch Tiere, aber irgendwie ist es hier ziemlich leer. naja, ähm, ab dem nächsten Part wird vielleicht auch wieder Speedy dabei sein, ich weiß es nicht. Oder übernächsten, ich glaube eher übernächsten. Und, ja, dann werden wir auch wieder bei Schloss-Dubisieb weiterarbeiten. Ich wollte nur mal kurz hier so ein bisschen rumschlendern, XP, Farmen und so weiter und so fort, weil ich wieder mal ein gemütliches Minecraft-Leben-Video rausbringen wollte. Minecraft-Leben ist so mein Lieblingsprojekt momentan. Ne, eben angespielt. Angespielte Minecraft-Leben sind meine Lieblingsprojekte auf meinem Kanal. Ähm, aber irgendwie finde ich hier keine Tiere. Ich habe doch gerade eben Schwein gehört. Aha, Piggy, 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 ähm, ja. Dann war es mit der Overwatch später. Der nächste Vorschlag ist, Sex-Praktiken mit deiner Freundin. Ähm, ich stehe gern Kopf und singe Jeven Polka. So, jetzt ist es raus. Ich bin ein Jeven Polka-Fetischist. Ich drehe auch gern mit meinem Lauch rum. Oh Gott. Ähm, das war selbst für mich zu viel. So, äh, gibt es hier irgendwas außer Grafikboxen? So, LPs, die in Zukunft kommen. Ähm, das ist jetzt interessant, man, lieber, 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 look. Ich habe gerade eben den finalen Part von fliegenden Scheißdreck aufgenommen. Äh, nein, von Crafts World, was eigentlich fliegender Scheißdreck ist. Nein, das Spiel ist ja nicht so schlecht. Und, ich hoffe nebenbei, dass ich da hinten vielleicht noch irgendwas finde. Bei dem Biom soll es angeblich viele Kühe geben, laut einem bestimmten YouTuber. ist es eine Höhle? Das ist eine sehr viereckige Höhle, möchte ich sagen. Ich dachte, das wäre ein Grafik-Bug. Ähm, ja, jedenfalls, äh, ich habe Crafts World zu Ende aufgenommen. Es wird kein Projekt als Folgeprojekt geben, weil ich einfach zu viele Projekte habe. Castlevania und Dark Souls 3 werden weitergeführt, wenn es mit meinem Handgelenk halbwegs wieder in Ordnung ist. Für die Leute, die es nicht wissen, ich habe eine Verletzung am Handgelenk und kann deswegen keine Spiele aufnehmen, die große Bewegungsvielfalt von mir verlangen. Und das sind halt, äh, Action-RPGs, die Vorreiter von viel Bewegung im Handgelenk beim Spielen, zumindest bei mir, äh, gleich neben den Rennspielen. Und, für die Leute, die es nicht verstanden haben, müsst ihr nicht. Ich bin halt ein seltsamer Mensch. und, jedenfalls, 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 oder. So, äh, wer von euch schaut eigentlich Game of Thrones? Ich glaube, ich habe so eine ähnliche Frage in meinen ersteren Parts mal gestellt, als noch Leute zugeschaut haben. Hm. Ähm, ja, was wollte ich sagen? Ach so, genau, LPs, die in der Zukunft kommen. Ich muss gerade ernsthaft auf den Nebenbildschirm gucken. und da hat jemand noch was geschrieben. Vielleicht ist es noch ein Themenvorschlag. Nein, da hat einfach nur jemand meinen Themenvorschlag favorisiert. Und mein Diamanthelm ist fast putti putt. Deswegen mache ich lieber Wecky Mut. Und genau so die Schuhe. Und dieser mache ich raus, damit ich das raushauen kann. Ähm, ich sollte nebenbei mir kurz mal einen Ofen machen. So ganz heiter und lustig, wie ich bin. Und natürlich schmeiße ich das falsch raus. So. Äh, Ofni. Weil, ich brauche Fleisch. Ich brauche meine Essen. Sonst ich verhungere. Und ich höre ein Skelett. Skelett nicht gut. Skelett nicht mögen mich. Ähm, während das hier brät, kann ich an dennoch hier weiter gucken. so. Und, ähm, es sind ein paar zu viele Projekte und Castlevania und Dark Souls 3 kann ich ja momentan nicht weiterführen, wegen dem Handgelenk. Darum wird vorerst Undertale angespielt und Minecraft Leben kommen. Ich finde den Shader so cool. und, ja, wenn mein Handgelenk wieder geht, werde ich mich an Castlevania und Dark Souls 3 setzen und wirklich ein neues Projekt wird es dann geben, wenn Castlevania fertig ist. Habe ich vorhin Castlevania 3 gesagt? Ich hoffe nicht. Oh, da unten ist was. Und wegen meiner Farbenschwäche kann ich nicht erkennen, ob es Eisen oder Diamant ist. Ein Hoch auf Farbenschwäche. So, ähm, mh, das ist ja gefährlich. Und ich setze Kies. Ich bin so schlau. Ich bin so glück, so schlau, weil wir so schlau sind, so schön sind. Äh, habe ich einen Bogen dabei? Natürlich habe ich keinen Bogen dabei. Warum denn auch? Wer braucht schon einen Bogen, wenn er, ah, Geronimo! Tod. Ich sehe rein gar nichts. Ah! Au! Du, fies. Ähm, und da kommen noch mehr Gegner. Habe ich gerade? Hm. Ähm, mir fällt ein, Geronimo war vielleicht nicht so die gute Idee, wir müssen noch wieder nach oben. Weil, naja, dort ist unser Essen. Hehe. Hehe. Notfalls esse ich halt noch schnell was Unreifes. Und da sind nebenbei Blümchen und keine Erze. Habe ich gerade so festgestellt. Also ich schätze es. Ich werde gleich versuchen es abzubauen. Keine Sorge. Ähm, so sehr vertraue ich meinen Augen nun doch wieder nicht. Wo habe ich das Zeug hier? Genau neben dem Lavastrom. Ich bin doch so schlau. So, ähm, sobald aber Castlevania fertig ist, wird es wieder Projekte geben. Weil, dann habe ich wieder ein bisschen mehr Freiraum. Weil dann habe ich nur Minecraft Leben angespielt. Und Dark Souls 3. Weil, ich schätze, Undertale wird vor Castlevania fertig. Weil, naja, wie gesagt, ich kann momentan nur Undertale aufnehmen. Und mit drei Projekten bin ich recht zufrieden. Und ich werde noch ein kurzes Projekt starten, was ich von einem Zuschauer gewünscht wurde. Was ich selber gerne machen würde, Far Sky. Das ist so ein Unterwasser Survival Spiel, für die, die es nicht kennen. Und angeblich soll es halt sehr kurzläufig sein. Also perfekt für so ein kurzes Let's Play für zwischendurch. Und wenn dann irgendwann Dark Souls fertig ist, schaue ich mal, was ich mache. Aber, ja. Es dauert noch. Ich bin ein Mensch, ich fange zu viele Projekte immer an. Und bringe sie zu unregelmäßig, als dass sie rechtzeitig fertig würden. Weil alle sind irgendwie schon bei Part 70 von Dark Souls 3 und ich soll Part 5. Wenn überhaupt. Irgendwie sowas. Also ja. Ja, ja. Das ist my struggle with the projects. Da will ich nicht entlang wegen der Lava. Lava böse. Aber ich glaube, wirklich viel gefunden haben wir nicht. Wenigstens haben wir ein bisschen Level gesammelt. Warum ich überhaupt in die Höhle gegangen bin, ist mir eh ein Rätsel. Naja. Wir können dann die Verbindung trennen. Gucken noch ein bisschen auf Gomme vorbei. Weil, warum nicht? Du hast noch drei Outen-Fragen offen. Freundschaftsverwaltung. Ich bin überfordert. Aufrüsten. Ah, Friend Request. Friend Request To Matt Logitech Cross Tutorial. Äh. Accept. Geht das? Äh, nee. Hm. Schade. Dann nehme ich halt keinen an. Ich bin zu voll zu tippen. Äh, wenn es einer von euch gewesen ist, kann er es ja in die Kommentare schreiben. Dann wird er angenommen. Ich habe keine Ahnung. Ich bin nie auf Gomme. Ich bin auch gerade nur drauf gegangen, damit ich irgendwas Spannendes habe, was ich noch zeigen kann. Oh, Gomme. Weil nicht irgendwie jeder Minecraft YouTuber das hier schon kennt. Und auch nicht Minecraft YouTuber. Irgendwie kennt jeder diesen Server. Und ich spiele hier nie drauf. Ich stelle mich einfach ins Feuer. neben den Spinnweben. Weil ich es toll finde. Naja. Ähm. Das war es mit Minecraft Leben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf Wiedersehen, Leute. Euer Sandoron.